So, auf geht's, wer wieder mit möchte. 2019, die Osterwiese erwartet euch. Herzlich willkommen. Die Osterwiese bietet ein gutes Programm, insbesondere für die Familie. Also die Familie ist der Schwerpunkt. Wir haben viele Karusselle und Vergnügungsbetriebe, Spaßfabriken, Laufgeschäfte, wo sich also groß und klein vergnügen können. Wir haben natürlich auch reichlich Imbissbetriebe, Verlosungsbetriebe, also das ganze Programm, was die Besucher auf einer Osterwiese, auf einem Frühlingsfest erwarten. Natürlich bildet die Osterwiese wie auch die anderen Veranstaltungen einen besonderen Wirtschaftsfaktor. Wir locken damit sehr viele Gäste nach Bremen. Wir erwarten in diesem Jahr wieder bis zu 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher. Wir sind hier vor ein Laufgeschäft, das ist ein Irrgarten, ein Labyrinth mit Funhouse-Elementen wie Drehtellern, rollende Tonnen. Und ja, lustige Sachen für die ganze Familie. Der Hurricane ist ein Familienrundfahrgeschäft. Wir haben hier eine schwungvolle, rasante Fahrt. Aber es ist auch nicht zu extrem. Also da kann Mama einsteigen, Opa, Oma, Enkel, Kinder, alles kein Problem. Die Gondel dreht sich um die eigene Achse. Auf einer sich rotierenden Scheibe ist die Gondel montiert. Und außerdem geht die Gondel hoch und runter, wird nochmal mechanisch angesteuert. Das Karussell ist fabrikneu, ist im Oktober 2018 ausgeliefert worden und dementsprechend auch zum ersten Mal jetzt hier auf der Osterwiese. Das ist ein Familienbetrieb und das ist ein Familienspaßhaus mit unserem Professor Spaß. Das ist die wichtigste Person auf 300 Laufmeter mit zwei Simulationen. Unser Herzstück von dem Ganzen ist ein Fahrstuhl und ein Erdbebensimulation. Das Karussell